Hier ist ein kleiner Garten, wo es ganz ruhig ist. Hier sehe ich direkt unseren Relaxed Garden. Den gibt es auch erst bei dieser Saison. Das heißt, vorher war das einfach Grünfläche. Und wir haben jetzt schon Relaxed Garden gemacht. Die älteren Leute liegen hier gerne am Nachmittag. Also da sieht man dann, dass die sich da ganz gern hinbeziehen. Da wird es auch ein bisschen schattiger. Gerade in der Hochsommer-Saison war es tatsächlich so, dass da relativ viele Leute dann einfach ziehen. Die schönen Affen-Schaukeln. Die liebe ich über alles. Tschüss.